Jetzt predige das Wort, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Der Albert sagte eben, ich soll meine Predigt halten. Was mir da einfällt ist, dass wir sehr oft dazu bereit sind, das Lied zu singen. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen, mein. All mein Gut und all mein Habe, all das soll sein Eigen sein. Aber sehr oftmals würden wir einen Fast davor setzen. Fast alles will ich Jesus weihen, fast alles soll sein Eigen sein. Fast nichts mehr soll mir mehr gehören. Fast alles soll nur ihm alleine sein. Und ja, in den Liedern wird sehr oft gelogen heutzutage, weil wir einfach glauben, dass wir so christlich sind, wenn wir ein Lied singen, weil das Lied gesungen werden muss. Aber können wir es mit unserem Herzen singen, können wir es mit unserem All, mit unserem Gut, ja, wirklich aus Gottes Hand nehmen. Heute hat ein kleines Mädchen gesagt zu ihrer Mutter, das Geld gehört uns doch gar nicht, das Geld gehört doch Gott. Und genau so ist es. Sind wir damit einverstanden oder wollen wir sagen, das ist meins? Die 10% gehören Gott, die ich jeden Sonntag spende oder jeden Monat? Oder gehört wirklich alles dem Herrn und wir setzen es für sein Reich ein? Das ist die Frage. Können wir wirklich das Lied singen, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen, mein, all mein Gut und all mein Habe, all das soll sein Eigen sein. Ja, Sie dürfen auch gerne vorbeigehen. Wir wollen hier nur eine kurze Predigt halten. Wir wünschen Ihnen aber auch Gottes Segen für diesen Tag. Ja, hat er sich bedankt. Ja, auch du, lieber Kameramann, bist du bereit, alles, Jesus zu weinen? Amen. Amen, so sei es. Ja, es ist okay. Amen. Ja.